Lektion 31. Abendessen bezahlen Verzeihung, bitte überprüfen. Okay. Wie war alles? Sehr schön, danke schön. Möchten Sie, dass das geht? Ja. Kannst du es in eine Plastiktüte stecken? Okay. Kein Problem. Hier sind sie ja. Das sind 25 Dollar. Akzeptieren Sie Kreditkarten? Ja. Wir akzeptieren Visa und Mastercard. Okay. Hier bist du. Danke. Ich bin gleich wieder da. Vielen Dank für Ihre Quittung. Gern geschehen. Bitte komm wieder. Lektion 32. Supermarkt Mary, wo ist der nächste Geldautomat? Es ist nicht so weit. Siehst du das gelbe Gebäude da drüben? Der große oder der kleine? Der große. Ja. Gleich daneben? Rechts. Weißt du, ob es hier in der Nähe einen Supermarkt gibt? Ich glaube nicht, dass es hier in der Nähe einen gibt. Der nächste ist in der 3RD Street, aber der ist jetzt wahrscheinlich geschlossen. Ich muss wirklich noch ein paar Sachen besorgen, bevor ich gehe. Nun, du könntest zur 22. Straße gehen. Dort gibt es viele Geschäfte, die 24 Stunden am Tag geöffnet haben. Kann ich mit der U-Bahn dorthin fahren? Ja. Aber das dauert wahrscheinlich etwa eine halbe Stunde. Du solltest einfach ein Taxi nehmen. Wird das nicht teuer? Nein. Von hier aus sind es nur etwa 5 Dollar. Lektion 33. Geografie und Richtung Professor, wo ist Kanada? Kanada liegt nördlich von hier. Können Sie mir auf der Karte zeigen? Okay. Schau hier. Kanada liegt nördlich der Vereinigten Staaten. Ach, ich verstehe. Wo ist Mexiko? Mexiko liegt südlich der Vereinigten Staaten. Wie wäre es mit Connecticut? Wo ist das? Connecticut liegt östlich von New York. Welcher Bundesstaat liegt westlich von Pennsylvania? Ohio. Okay. Wo ist Los Angeles? Los Angeles liegt in Kalifornien. Es liegt südöstlich von San Francisco. Wo ist Boston? Boston liegt im Nordosten des Landes. Wo ist Las Vegas? Las Vegas liegt im Südwesten. Lektion 34. Im Hotel gegessen. Hallo Maria. Hast du schon gefrühstückt? Ja. Ich habe mit meinem Sohn und meinem Mann im Hotel gegessen. Oh, Sie haben dort gutes Essen. Was hattest du? Ich hatte Müsli, Spiegeleier und Orangensaft. Wie war es? Das Essen hat nicht sehr gut geschmeckt. Und eigentlich fühle ich mich jetzt nicht sehr gut. Das ist sehr schade. Möchten Sie eine Pause machen? Nein. Ich gehe mittags zurück ins Hotel, um mich hinzulegen. Ich gehe später in die Drogerie. Gibt es etwas, das ich für Sie besorgen kann? Nein. Das ist in Ordnung. Ich denke, wenn ich mich ein wenig ausruhe, werde ich mich besser fühlen. Lektion 35. Ins Kino gehen. Ann, was willst du heute Abend machen? Ich möchte ins Kino gehen. Ich habe gehört, Titanic spielt im Kino. Oh, ich habe gehört, das ist ein guter Film. Um wie viel Uhr geht es los? 6.30 Uhr abends. Es ist ein langer Film. Ich denke, es dauert etwa drei Stunden. Kommst du und holst mich ab? Wie viel Uhr? Ich denke, wir sollten früh dort sein, weil Sie vielleicht ausverkauft sind. Ist 17 Uhr in Ordnung? Ja, das wird gut. Ich treffe Sie um 17 Uhr bei Ihnen zu Hause. Möchtest du vor dem Film etwas essen? Ich bin mir nicht sicher, ob die Zeit dafür reichen wird. Wir können Popcorn und Hot Dogs im Theater haben, wenn Sie möchten. Ich mag das Popcorn dort nicht. Ich denke, Sie haben zu viel Salz darauf gegeben. Okay. Dann hole ich dich etwas früher ab und wir können ins Thai-Restaurant neben dem Theater gehen. Ist das okay? Ja. Ich mag diesen Ort. Lektion 36. Ein paar Dinge finden? Ich kann meine Brille nicht finden und nichts sehen. Können Sie mir helfen, ein paar Dinge zu finden? Kein Problem. Wonach suchst du? Mein Laptop. Siehst du ihn? Ja. Ihr Laptop ist auf dem Stuhl. Wo ist mein Buch? Welcher? Das Wörterbuch. Es ist unter dem Tisch. Wo ist mein Bleistift? Vor der Lampe liegt ein Bleistift. Das ist kein Bleistift. Das ist ein Stift. Oh, Entschuldigung. Hinter der Tasse befindet sich ein Bleistift. Was ist mit meinem Rucksack? Wissen Sie, wo das ist? Es ist zwischen der Wand und dem Bett. Wo sind meine Schuhe? Sie sind auf der linken Seite des Fernsehers. Ich sehe sie nicht. Es tut mir leid. Ich habe einen Fehler gemacht. Sie sind auf der rechten Seite des Fernsehers. Danke. Oh, und hier ist deine Brille. Sie waren neben deinem Handy. Lektion 37 Wäsche waschen Hallo Anna, komm rein. Wow, deine Wohnung ist ein Chaos. Ich weiß, ich hatte keine Zeit, Dinge wegzuräumen, bevor du hierher kamst. Sehen, sind das alle deine Klamotten auf der Couch? Ja. Sind sie sauber? Tatsächlich sind die meisten von ihnen schmutzig. Ich habe schon lange keine Wäsche mehr gewaschen. Normalerweise warte ich, bis ich es bei meinen Eltern machen kann. Meine Schwester und ich gehen normalerweise in den Waschsalon die Straße runter. Warum gehst du nicht dorthin? Ich weiß, ich sollte, aber dieser Ort ist nicht sehr praktisch. Sie müssen lange warten. Ja, ich weiß, ich muss es jede Woche machen. Wie auch immer, bist du bereit zu gehen? Nein, ich bin noch nicht bereit. Ich muss immer noch meine Zähne putzen und mein Gesicht waschen. Kannst du ein paar Minuten warten? Okay, aber beeilen Sie sich bitte. Ich glaube, das Restaurant schließt bald. Lektion 38 Ein Flugticket kaufen Der Nächster bitte. Hallo, womit kann ich Ihnen behilflich sein? Ich möchte ein Ticket nach New York kaufen. Möchten Sie einfache Fahrt oder Hin- und Rückfahrt? Rundfahrt Wann werden Sie abreisen? Wann geht das nächste Flugzeug? In etwa zwei Stunden. Ich möchte bitte ein Ticket für diesen Flug. Erste Klasse oder Economy-Klasse? Economy-Klasse Okay, lass mich die Verfügbarkeit prüfen. Es tut mir leid. Tickets für diesen Flug sind ausverkauft. Wie wäre es mit dem danach? Lassen Sie mich sehen. Ja, der hat noch Plätze frei. Soll ich Ihnen einen Sitzplatz reservieren? Ja, bitte. Das sind 120 Dollar. Danke. Hier ist dein Wechselgeld. Lektion 39 Ordnung schaffen Michelle, kannst du mir beim Aufräumen helfen, bevor wir gehen? Okay, wo soll ich diese Tasse hinstellen? Welche Tasse? Der rote. Legen Sie es auf den Tisch. Wie wäre es mit dieser Frucht? Ach, das kommt in den Kühlschrank. Und diese Bleistifte? Was soll ich mit Ihnen machen? Bring die nach oben und stell sie ins Schlafzimmer. Wie wäre es mit diesem Stift? Gib es mir. Ich muss es benutzen. Was soll ich mit dem Papier da drüben machen? Das kannst du wegwerfen. Ich brauche es nicht mehr. Der Müll ist voll. Okay. Dann steck es bitte in eine Tasche und nimm es mit nach draußen. Was jetzt? Ich denke, wir sind fertig. Kannst du bitte das Licht ausmachen und die Tür schließen? Okay. Lektion 40 Im Restaurant Das sieht nach einem netten Restaurant aus. Ja, ist es. Ich komme die ganze Zeit hierher. Lass uns da drüben sitzen. Okay. Können Sie mir bitte eine Speisekarte geben? Okay. Was wirst du trinken müssen? Ich werde ein Glas Bier trinken. Und du? Ich glaube, ich trinke ein Glas Wein. Möchten Sie zuerst eine Vorspeise bestellen? Nicht wirklich. Vielleicht können wir einfach etwas Brot bestellen. Was wirst du essen müssen? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe mich noch nicht entschieden. Könnt ihr etwas empfehlen? Okay. Ich hatte schon einmal das Steak und den Hummer. Ich glaube, ich nehme den Hummer. Was wirst du haben? Ich bin nicht so hungrig. Ich bin nicht so hungrig. Ich bin nicht so hungrig. Ich glaube, ich nehme nur einen Salat. Ich gehe ins Badezimmer. Ich gehe ins Badezimmer. Bestellst du für mich, wenn die Kellnerin zurückkommt? Okay. Okay. Kein Problem. Danke. Lektion 41 Familie besuchen Judy, dein Auto ist wirklich schön. Danke. Das Auto ihrer Frau ist viel besser als meines und es ist neu. Wo gehst du hin? Wir besuchen meine Schwester in der Stadt. Ich wusste nicht, dass deine Schwester in der Stadt lebt. Wann ist sie dorthin gezogen? Vor etwa einem Jahr. Sie lebt in einer Wohnung in der 3RD Street gegenüber der öffentlichen Bibliothek. Ich verstehe. Es ist jetzt fast 17 Uhr. Glauben Sie nicht, dass es viel Verkehr geben wird? Oh. Wir fahren nicht. Wir werden die U-Bahn nehmen. Die U-Bahn braucht nur etwa 20 Minuten. Ja. Aber um diese Zeit kann es sehr voll werden. Ich fühle mich immer unwohl, wenn ich mit der U-Bahn fahre. Ich fahre jeden Tag mit der U-Bahn zur Arbeit. Also habe ich mich daran gewöhnt. Wohnt deine Mutter nicht in der Stadt? Ja. Sie lebt dort seit ungefähr 10 Jahren. Ich erinnere mich, als sie dorthin zog. Wohnungen waren damals viel billiger. Ich weiß, was du meinst. Es ist schwer, jetzt etwas Vernünftiges zu finden. Sich amüsieren. Wenn Sie das nächste Mal Zeit haben, rufen Sie mich an und wir gehen Poker spielen. Bis später. Lektion 42. Das Essen schmeckt gut. Wie gefällt dir das Essen? Es schmeckt wirklich toll. Hast du es gekocht? Ja. Ich habe es heute Nachmittag gemacht. Hätten Sie gerne etwas mehr? Okay. Nur ein bisschen. Ich bin wirklich satt. Oh. Möchtest du stattdessen eine Suppe? Welche Art ist es? Tomaten und Reis. Hattest du das schon mal? Nein. Das ist mein erstes Mal. Wie schmeckt es? Es ist gut. Versuchen Sie es. Was denken Sie? Wow. Es ist gut. Hast du das auch gemacht? Ja. Du bist ein wirklich guter Koch. Danke. Das nächste Mal mache ich Hühnersuppe für uns. Das hört sich gut an. Hast du Kochen in der Schule gelernt? Nein. Ich habe es selbst gelernt. Ich habe ein gutes Kochbuch, das ich lese, wenn ich Zeit habe. Toll, dass du so ein tolles Kochbuch hast. Lektion 43. Einem Freund beim Umzug helfen. Kelly, hilfst du mir, diese Sachen zum Auto zu bringen? Okay. In welches Auto soll ich sie einbauen? Bring sie zum Auto meiner Frau. Welche ist ihre? Der weiße vor dem roten Motorrad. Was soll ich zuerst nehmen? Der Stuhl da drüben. Aber bitte seien Sie vorsichtig damit. Es war ein Geschenk meiner Schwiegermutter. Keine Sorge. Ich werde es nicht fallen lassen. Wow. Es ist wirklich schwer. Ich glaube nicht, dass ich es alleine bewegen kann. Lass mich dir damit helfen. Ich will nicht, dass du dir den Rücken verletzt. Wo nimmst du all das Zeug hin? Habe ich es dir nicht gesagt? Wir ziehen nach Florida? Du ziehst jetzt um? Ich wusste, dass du umziehst. Aber ich dachte, du würdest nächsten Monat umziehen. Ja, das stimmt. Aber meine Frau hat neulich im Internet eine neue Wohnung gefunden und sie möchte sofort ausziehen. Das ist gut. Lektion 44. Urlaubsbilder anschauen. Jim, ich habe gehört, du hast eine Reise nach San Diego gemacht. Ist das richtig? Ja. Ich bin erst heute Morgen zurückgekommen. Das klingt wirklich nett. Was hast du dort gemacht? Nun, wir waren nur drei Tage dort. Also haben wir nicht allzu viel gemacht. Wir gingen einkaufen und ein paar Mal essen. Abends spazierten wir mit ein paar Freunden durch die Stadt. Hast du irgendwelche Fotos gemacht? Ja. Ich habe sie bei mir. Willst du sie dir ansehen? Klar. Ich schaue mir gerne Fotos an. Dieses ist von meiner Frau und mir am Strand. Und dieses ist unsere Tochter Emily, die neben meiner Frau steht. Ihre Tochter sieht aus wie ihre Mutter. Pause. 1.0. Voice. Monika. Ich weiß, die sehen sich sehr ähnlich. Wo wurde dieses Bild aufgenommen? Das wurde am Bahnhof vor unserer Abreise aufgenommen. Hatten Sie Zeit, in den Zoo zu gehen? Nein. Diesmal nicht. Wir waren letztes Mal dort. Es sieht so aus, als hättet ihr alle eine schöne Zeit gehabt. Ja. Es hat viel Spaß gemacht. Lektion 45. Ich bin Student. Helen, was machst du beruflich? Ich bin immer noch ein Student. Auf welche Schule gehst du? Boston Universität. Das ist eine gute Schule. Was studierst du? Ich studiere Englisch, Mathematik und Geschichte. Mein Hauptfach ist Englisch. Wie lange hast du Englisch gelernt? Mehr als sechs Jahre. Das ist eine lange Zeit. Ja. Ich habe angefangen, Englisch zu lernen, als ich in der Highschool war. Kein Wunder, dass ihr Englisch so gut ist. Eigentlich ist es nicht so gut. Ich kann lesen, aber ich kann nicht sehr gut sprechen. Ich hatte nicht viele Gelegenheiten zum Üben. Ich verstehe. Der Austausch mit anderen Menschen ist sehr wichtig. Ja. Aber ich habe noch nicht viele Freunde hier. Ich gebe heute Abend eine Party in meiner Wohnung. Sie sollten kommen. Oh, danke für die Einladung. Ich komme gerne. Lektion 46. Blumen bestellen. Guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? Hallo. Ich möchte Blumen bestellen. Für wen sind die? Sie sind für meine Frau. Ihr Name ist Samantha. Was für Blumen möchtest du? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht viel über Blumen. Könnt ihr etwas empfehlen? Warum schickst du ihr Blumen? Heute ist ihr Geburtstag und sie hat mir gesagt, sie möchte, dass ich ihr Blumen kaufe. Weißt du, welche Art von Blumen sie mag? Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß, ich sollte das wissen. Aber ich kann mich gerade nicht erinnern. Rosen werden in Ordnung sein. Rosen werden in Ordnung sein. Welche Farbe? Rot fände ich schön. Möchten Sie sie abholen oder sollen wir sie liefern? Können Sie sie bitte liefern? Wie ist die Adresse? 241 Hauptstraße. In Ordnung. Sie sind innerhalb von zwei Stunden da. Das ist ein fantastischer Service. Dankeschön. Lektion 47. Eine Nachricht hinterlassen. Hallo? Hi. Ist Heather da, bitte? Tut mir leid. Ich glaube, Sie haben die falsche Nummer. Ist das 617 228 2289? Ja. Wen suchst du nochmal? Heather Johnson. Oh. Ich dachte, du hättest Laura gesagt. Das tut mir leid. Das ist die richtige Nummer. Aber Heather ist gerade nicht hier. Weißt du, wo sie hingegangen ist? Sie ging in den Laden, um Lebensmittel zu kaufen. Möchten Sie eine Nachricht hinterlassen? Ja. Würden Sie ihr bitte sagen, dass Eric Martin angerufen hat? Hallo Eric. Das ist ihre Mitbewohnerin Kathy. Ich habe dich vor ein paar Monaten auf der Weihnachtsfeier kennengelernt. Oh ja. Wie geht es dir? Gut. Heather wird in etwa 20 Minuten zurück sein. Ich werde ihr sagen, dass du angerufen hast. Danke. Tschüss. Tschüss. Lektion 48. Über das Wetter sprechen. Hallo? Hallo Joe. Hier ist Tina. Hallo, Tina. Wie ist das Wetter dort heute? Es ist sehr kalt. Es schneite den ganzen Tag und die Schulen schlossen früh. Wie ist die Temperatur? Es sind jetzt 30 Grad. Heute Morgen war es noch kälter. Hast du schon gehört, wie das Wetter morgen wird? Ich habe etwas früher die Nachrichten geschaut. Sie sagten, dass es morgen wahrscheinlich schneien wird. Ich mag den Winter überhaupt nicht. Ich wünschte, es wäre Sommer. Ich auch. Wie ist das Wetter bei dir? Es ist nicht so schlimm, aber es ist auch ziemlich kalt hier. Es war heute ungefähr 45 und es hat heute Nachmittag geregnet. Ich habe gehört, dass es morgen etwas wärmer sein wird. Lektion 49. Pläne machen. Es ist schon fast Weihnachten. Was machst du dieses Wochenende? Nichts Besonderes. Funktioniert nur. Warum fragst du? Nun, ich habe meine Weihnachtseinkäufe immer noch nicht beendet. Willst du dieses Wochenende mit mir einkaufen gehen? Ich würde gerne. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich kann. Die Arbeit war in letzter Zeit sehr beschäftigt. Warum gehen wir nicht stattdessen am Freitag? Freitag ist nicht gut. Ich denke, die Läden werden sehr voll sein und ich muss arbeiten. Okay. Dann versuchen wir es dieses Wochenende. Ich sollte wissen, ob ich bis Freitag gehen kann. Ist es in Ordnung, wenn ich dich dann anrufe? Ja, das ist gut. Was ist deine Nummer? 233 331 8828. Lassen Sie mich Ihnen auch meine E-Mail-Adresse geben. Es ist henry at gmail.com. Okay. Ich werde bald mit dir sprechen. Lektion 50. Einen Freund treffen. Hallo Anni. Bist du schon da? Ja, Ellen. Ich bin gerade aus der U-Bahn gestiegen. Ich bin fast da. Entschuldigung. Ich bin zu spät. Das ist kein Problem. Ich wollte dir nur sagen, dass ich drinnen bin. Wo bist du? Im zweiten Stock. Soll ich in den zweiten Stock kommen oder willst du in den ersten Stock kommen? Komm nach oben. Was? Oh, kannst du mich gut hören? Ich sagte, komm in den zweiten Stock. Oh, okay. Was machst du da? Ich schaue mir nur ein paar Bücher an, wie man Englisch lernt. Willst du später etwas essen? Nein. Ich bin noch satt vom Abendessen. Was möchten Sie tun? Ich weiß es nicht genau. Wenn du hier bist, werden wir darüber reden. Okay, bis bald. Tschüss. Danke fürs Zuschauen. Und bitte abonnieren Sie unseren Kanal. Tschüss. Thanks for watching. And please subscribe our channel. Bye.